Besprung ist ja das Kommen. Hat da was ein Ender mehr? Nö, schade. Wändchen! Katsching! Katsching! Katschau! Na, was war? Da finde ich irgendwo Diamanten? Wer weiß. Wir werden es früher oder später sehen. Und da stellt das Telefon. Warten einen Moment. So, weiter geht's. Oh! Warte! Ob es dir an kann, nicht durch Creeper kaputt gehen, oder? Oder? Kann es? Weiß ich nicht. Ich weiß das nicht. Ich werde es wohl gleich testen müssen. Testen müssen, meine ich, dass es gleich sowieso irgendwo ein Creeper runtergeschossen kann. Und mich töten will. Ist es sinnvoll, hier so zu sein, wie ich es gerade bin? Ich bin mir dessen nicht ganz so sicher. Das Lapis Lazio, der wie das Zeug heißt. Da rede ich ja auch Erfahrung von. Ich habe vielleicht noch irgendwo mehr Diamanten. Sehe ich keine? Gut. Wenn ich keine sehe, dann gehe ich da auch nicht hin. Wo ich mich jetzt so entschlossen. Gold. Habe ich gerade das gesehen, was ich glaube gesehen zu haben? Nicht hier, sondern da hinten. Da habe ich gerade grünen Moosstein gesehen. Das wäre für ein Dungeon... Ja, Tatsache. Da hinten ist ein Dungeon. Das ist natürlich jetzt spannend. Da hinten ist also ein Dungeon. Okay. Ich brauche eindeutig Fackeln. Und ich habe... ...nur noch diese vier Dinger hier. Okay, ich habe gleich echt ein Problem. Aber ich will dieses Dungeon auf jeden Fall noch haben. Weil wer weiß, was wir da drin finden. Ja, hier ist nämlich ein Dungeon. Eigentlich muss die Lava jetzt abfließen. Ich habe keine Lust, da drin zu landen. Ich bin einbogen. Ich bin ein bisschen, perché weiß ich nicht. Ich bin einbogen. Ich bin einbogen. So, ich muss Level 30 werden, hab ich gehört. Na komm. Gespawnet. Schon wieder einer? Feuer. Oh, da fuck. Ich wollte mich jetzt ganz verarschen. Oh, da fuck. 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 Ich muss mir jetzt. Ich muss mir ein paar Fackern aufheben. Na komm schon. Ähm. Ja, super. Ähm. Apropos. Apropos. Zumachen. Danke. Das Wasser hat mich gerade, äh, doch ein bisschen gestört. So, ich bin Level 25, gleich haben wir's. Wie gesagt. Wie gesagt, auf 30 bin ich hier so schnell weg, wie ich nur kann. Heißt, einfach an die Oberfläche und dann mit dem Kompass zurück nach Hause. Ach, das ist auch egal. Ach, das ist eine Gold, lass ich jetzt da. Ist auch egal. Aber hier. Ach. Wer blinkt mich denn da an? Wow. Ähm. Ja, leider spawnen die Zombies beim Zombies-Spawner gar nicht so schnell, wie ich mir hofft hatte. Aber naja, gut. Soll man machen. Eventuell muss ich mir echt so eine Monsterfalle bauen, damit ich schneller level. Das weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege oder nicht. Oder ob ich das mache oder nicht. Was ist da unten? Da war nur der Pilz. Das sah gerade so aus, als wäre da unten Lava. Ist es aber nicht. Hi. Ich bin die Vermittlung. Ich vermittle sie an den nächsten besten Friedhof. Oh je, oh je, oh je, oh je. 25. Nicht mehr viel. Was? Warum geht's da oben jetzt weiter? Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich brauche auch Diamantrüstung und sowas, also dass ich viele Diamanten dabei habe, ist gar nicht schlecht. Wo bin ich hier jetzt zum Teufel wieder gelandet? Fragte er. Und ging einfach weiter. Ich erinnere mich an dieses, ich habe fast keine Fackeln mehr. Ich nehme hier wieder ein paar mit. Ah, weil ich habe echt gleich ein Problem. Ich sehe das Problem auch echt schon kommen. Hey, wo sind meine Freunde hier? Spawnen die schneller, wenn ich hier drin bin? Irgendwie nicht, ne? Hm. Gehe ich nochmal runter. Und guck nochmal, ob ich hier irgendwas finde. Jetzt ist ja wer da gespawnt. Leck mich doch. Und das, was ich finde, ist wieder EP durch Kohle. Aber, EP ist EP, also. Shit happens. Wir sind jetzt auf 26. 25. Wo geht's denn hier? Ach, hier war ich eben einmal kurz, bin aber nicht weitergegangen. Auch aus gutem Grund. Na, 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 na. So, da war gerade ein Zombie. What the fuck? Super, verbrenn ruhig. Könnt's denn nur gebrauchen. Sollen wir nicht noch irgendwo ein paar Endermänner? Irgendwie nicht noch. Wäre auch, ehrlich gesagt, zu schön, um dort zu sein. Oh hier, hier. gut da ist nichts was ich jetzt zu zwingen brauche oh leute ich will aber langsam hier raus oder oben sich eine spinne kommst du runter hier bin ich sagte hier bin ich hallo kommst du mal her mit der rede er 27 jahre ist er nähert sich dem finalen ich bin gleich wieder level 30 kommt auch kommt schon ich kann euch auch alles grünes zeug geklaut leute sporn die denn so scheiße da oben brauche ich gar nicht zu suchen dann gehe ich jetzt richtung ausgang und was heißt richtung ausgang ich gehe mal wieder hoch in der hoffen dass ich auf dem weg nach oben die letzten drei level so hinbekommen ich habe dich doch schon gehört wenn ich anschleichen willst muss ein bisschen leiser sein ach hier sind wir okay ja dann suchen wir mal den weg zurück ich habe keine ahnung wo der ist das ist er nicht wir müssen von hier gekommen sein glaube ich bin ich hundertprozentig aber ich glaube es nein natürlich war es der andere weg da muss hier gewesen sein und ich durfte und wo komme ich denn auch weil ich weiß woher ich auch gott nicht doof natürlich weiß wo ich herkommen wo kommen jetzt auf einmal die ganzen gegner her aber kein problem und was ich weiß dass wir das ebene zwölf Lalalalalala und da baut wieder Kohle ab, weil das so viel Spaß macht. Na, eigentlich nur, weil's Level bringt, aber naja. Ja, ich weiß vor allem nicht, was erzählt mir in Minecraft-Eatsplay, hä? Worüber redet man die ganze Zeit? Na, wenn ich das wüsste. Aber naja, soll mich ja nicht stören. Oh, ich bin hier falsch, oh, ich bin hier falsch. Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Keine Lust zu krepieren hier. Bei den ganzen Sachen, die ich dabei hab. So, wo war ich jetzt? Ich weiß auch, irgendwo hier hoch, genau. Weil wir kommen nämlich... Ne, ne, wir kommen wo von hier? Das ist ja Schwachsinn, was ich hier gerade denke. Wir kommen doch von dieser Seite der Gruft. Haben uns dann darüber gegraben. Also, ganz falsch ist das nicht. Wir müssten eigentlich hier den Weg zurückfinden. Aber, dass man bei Kohle EP kriegt, das ist echt... Das ist das, was die Level bringt. Scheiße. Ich kann schon keine Kohle mehr aufsammeln. Dann hab ich irgendwas, was ich nicht brauche. Komm, die Kakaobohren kann weg. Dann müsste ich aber von hier... Nein, hä? Ich muss jetzt vielleicht schon weiter oben kommen. Ich komm doch nicht von da drüben. Ich hab mich doch hier hochgearbeitet, um dann hier... Nee, Moment. Nee, nee, Moment. Okay, jetzt kommt Risikofaktor, aber ich weiß nicht wie viel. Ja, komm, ich verreck hier noch. Ich schwör's euch, ich verreck hier noch. Ich hab kein Holz. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Ich hätte einfach die Diamanten in eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Ja, geile Sache. Ich kann mir keine... Das war's mit den letzten paar Leveln. Wenn ich jetzt Diamanten finde, bin ich auch ziemlich gelandet. Ja, wie komm ich denn jetzt hier raus? Das ist eine gute Frage. Ich hab weder Holz mir, um mir... ...Level zu machen... ...noch hab ich Holz, um mir Faskeln zu machen. Ich kann mir jetzt nichts machen, gar nichts. Ich kann mir nichts machen. Das ist witzig. Wie mach ich das denn jetzt? Ich brauch Holz. Ich kann mir schlecht irgendwo Holz aus den Rippen leiern. Ich hab ein Problem, Leute. Und ich geh auch noch so schlau und geh weiter runter. Ja, ich muss jetzt ein bisschen in der Dunkelheit rumwandern. Ich hoffe, ihr... ...seht in Anführungsstrichen genug. Aber was anderes bleibt mir grad nicht übrig. Ich hab's noch so... ...deine Dunkelheit wandern hat ja immerhin den Vorteil, dass wir wahrscheinlich mehr Gegner kommen werden. Aber ich seh kaum was. Das ist wirklich relativ dunkel. Ihr seht ja noch weniger als ich, muss ich dazu sagen. hoher nicht mein einziges Glück könnte sein dass ich hier irgendwo